Der Abgeordnete Eric Ciotti ist zum neuen Vorsitzende der konservativen Republikaner in Frankreich gewählt worden. Der 57-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen den Fraktionsvorsitzenden im Senat, Bruno Rettelo, durch. Ciotti, der für den stark konservativen Parteiflügel steht, holte 53,7 Prozent der Stimmen, wie Übergangsparteichefin Annie Genovart mitteilte. Der bisherige Vorsitzende der Partei von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, Christian Jakob, war Ende Juni zurückgetreten. Ciotti, der einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik verfolgt, steht nun vor der Herausforderung, seine Partei nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Präsidentschaftswahl aus der Krise zu führen. Die Kandidatin der Republikaner, Valérie Pécresse, war in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im April nur auf 4,8 Prozent gekommen. Die Kandidatin der Republikaner, Valérie Pécresse, war in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der ersten Runde des 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 Runde des